Nummer 6. Feiner Louise. 2022 geborener Youngster, ein Hengst von For Romans 1, Lauris Griselda Raphael. Dressursportlich und züchterisch hocherfolgreicher Mutterstamm mit international erfolgreichen Grand Prix-Pferden und gekürten Hengsten. Unter anderem Silberstern von Silbermond, Grand Prix erfolgreich mit Annabelle Frenzen, Kadenz von Hochadel, Grand Prix erfolgreich mit Rachel Dowley sowie der gekürte Hengst Rilke von Naturaal. Nummer 6. Feiner Louise. A youngster born 2022. A stallion by For Romans, Lauris Griselda Raphael. He shows an international successful damline. For example, with the sporthorses Silberstern FRH by Silbermond, international Grand Prix successful with Annabelle Frenzen, and also Kadenz by Hochadel, international Grand Prix successful with Rachel Dowley.